Große Überraschung bei Let's Dance In den vergangenen Wochen zeigten Katrin Menzinger, 33, und René Kesselli, 25, immer wieder spektakuläre Choreografien auf dem Tanzparkett. Vor allem mit den artistischen Teilen in ihren Tänzen sorgte das Tanzpaar regelmäßig für großes Erstaunen bei der Jury und den Zuschauern. Auch heute wollten Katrin und René wieder mit einer besonderen Hebefigur punkten, doch wieder erwarten ging diese schief. Ich hatte nicht die Kraft, mich hochzuziehen. Es ist nicht seine Schuld, erklärte die Profitänzerin nach ihrem Auftritt der Jury und Moderator Daniel Hartwig, 43. Da Muzima Bose, 41, jedoch so gespannt darauf war, zu sehen, was sie sich einfallen lassen haben, dürften die Blondine und der Zirkusartist ihre Hebefigur noch einmal zeigen. Für ihre Tanzdarbietung erhielten sie 23 Punkte von der Jury. Wir riskieren alles. Es ist eine Live-Show, da kann immer mal was schief gehen, meinte René anschließend. Das war vielleicht das Menschlichste. Dass wir gesehen haben, dass es schief gehen kann, kommentierte Muzi in ihrer Bewertung den Patzer am Ende des Tanzes. Ich fand die Nummer sehr geil, von Anfang an. Aber kurz bevor die Schlussnummer passierte, dachte ich mir, oh. Das Tempo wurde weniger bei beiden, fasste Joachim Lambi, 57, den Moment zusammen. Das Tempo wurde weniger bei beiden, was sie sich entspannen. Es ist eine Frage der Zirkusveränderung der Bühne auf dem sie haben, wenn der Zirkusveränderung der Zirkusveränderung in der Zirkusveränderung. Untertitelung des ZDF, 2020